Was ist spastische Dysatrie? Spastische Dysatrie ist eine Erkrankung, die die Sprechfähigkeit einer Person negativ beeinflusst. Personen mit dieser Erkrankung haben Schwierigkeiten, einen oder mehrere Muskeln, die beim Sprechen verwendet werden, richtig zu kontrollieren. Sie haben möglicherweise Schwierigkeiten, Konsonanten richtig auszusprechen, haben unregelmäßige Sprechpausen, sprechen Monoton oder Atmen während des Sprechens schwer aus der Nase. In schwereren Fällen kann eine Person Probleme haben, die Vokale auch in Worten auszusprechen. Menschen mit spastischer Dysatrie leiden unter einem oder mehreren der häufigsten Sprachsymptome der Erkrankung. Wie genau die Sprache einer Person von spastischer Dysatrie beeinflusst wird, hängt ganz von der Ursache der Erkrankung ab und davon, wie schwerwiegend die zugrunde liegenden Gesundheitsprobleme sind. Die meisten Patienten leiden unter mehr als einer Sprachschwierigkeit, die Probleme mit der Lautstärke, der Tonhöhe, dem Ton und der allgemeinen Stimmqualität umfassen kann. Die Störung kann durch verschiedene medizinische Probleme verursacht werden. Diejenigen, die an einer Cerebralparese leiden, könnten aufgrund der durch die Cerebralparese verursachten neurologischen Probleme auch spastische Dysatrie haben. Andere neurologische Probleme könnten die Ursache des Zustands sein, wie ein Gehirntumor oder eine schwere Kopfverletzung. Zu den weiteren Erkrankungen, die zur Erkrankung führen können, gehören die Taisachskrankheit, Schäden durch Unterkühlung und die Lümeborreliose. Sprachfähigkeiten sind nicht die einzige Körperfunktion, die von spastischer Dysatrie betroffen sein kann. Mehrere Muskelgruppen sind von der Erkrankung betroffen, darunter Muskeln in Zunge, Lippen, Kiefer und weichem Gaumen. Der Zustand kann die Fähigkeit der Person beeinträchtigen, richtig zu atmen und zu schlucken. Dies beeinflusst, wie die Person isst und trinkt. Die Behandlung der spastischen Dysatrie wird normalerweise von einem Sprachpathologen durchgeführt. Der Sprachpathologe muss zunächst feststellen, welche Auswirkungen die Erkrankung auf die Muskelgruppen einer Person hat. Bestimmte Übungen können vom Patienten unter der Anleitung des Sprachpathologen durchgeführt werden, um dem Patienten zu helfen, betroffene Muskelgruppen zu stärken und eine bessere Kontrolle über seine Sprache zu erlangen. Die Art und Weise, wie eine Person Muskeln zum Sprechen verwendet, zu ändern, ist eine weitere Technik, die von Sprachpathologen verwendet wird, um dem Patienten zu helfen, die Stimmkontrolle zu verbessern. Einige Patienten können auch mit Sprachtherapie ihre stimmlichen Fähigkeiten nicht verbessern. Patienten, die eine spastische Dysatrie nicht ausreichend überwinden können, um verständlich zu sein, benötigen die Unterstützung anderer Geräte, damit sie effektiv mit anderen kommunizieren können. Zu diesen Geräten gehören beispielsweise Telefone auf Textbasis oder ein Sprachsynthesitzer wie der des berühmten Wissenschaftlers Steffen Hafking. Das ist eine Runde der Übergabe. Jetzt kann ich den Geräten. Das ist eine Runde der Übergabe.